Ja, wieder die Aktion EWF aktiv, die Geschäftsführung, Inke Barth und Stefan Tiewick, sowie die Verantwortliche, die die Mitarbeiter zur Höchstleistung antreibt, die Sabrina Hamel. Wie jedes Jahr, oder seit einigen Jahren, doch eine erhebliche Summe zusammengekommen. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir neben dem Frauenhaus insbesondere kulturelle Vereine hier in unserem gesamten Versorgungsgebiet unterstützen können. Nicht nur im Landkreis Waldeck-Frankenberg, sondern auch im Schwalm-Eder-Kreis mit der Kulturscheune in Fritzlar. Jetzt ist es ja immer schwierig, Mitarbeiter zur Höchstleistung zu motivieren, wenn es schon um die Arbeit geht. Wenn Sie zusätzlich noch sportliche Aktivitäten zeigen sollen, Frau Hamel, wie schafft man das? Indem man ein paar motivierende E-Mails schreibt, die Kolleginnen und Kollegen mit einer Kleinigkeit vielleicht mal überrascht für ihre Belohnungen. Und ja, wir einfach im Team das zusammen machen. Herr Kiewick, die Tradition wird fortgesetzt. Gibt es ja schon seit einigen Jahren. Und als Unternehmen, das fest in der Region verwurzelt ist, macht die EWF ja mehr als nur Strom, Nahverkehr und Schwimmbäder. Das ist richtig. Wir haben nebenher natürlich auch noch Wärme und Gas. Aber uns ist es auch wichtig, gerade halt Vereine, kulturelle Einrichtungen in der Region zu fördern, weil wir halt eben nicht der weltweit agierende Konzern sind, sondern halt in der Region verwurzeltes Unternehmen. Jetzt ist das Jahr fast rum. Das heißt, am Januar steigen dann wieder die Motivationsansprachen an die Mitarbeiter. Das müssen ja jetzt die Kalorien, die bis zum 31.12. oder 1.1. aufgelaufen sind, ja auch wieder abgearbeitet werden. Das ist richtig. Wobei wir legen da im Regelfall, jetzt gucke ich zu Frau Hamel, im Frühjahr los, weil wir halt in der kalten Jahreszeit dann halt alle Autoaktivitäten noch nicht so pfuschen wollen, weil auch das Verletzungsrisiko da ist. Jetzt ist das für einen guten Zweck und das ist toll. Aber es ist natürlich auch gut fürs Unternehmen. Denn gesunde Mitarbeiter, die durch Sport und entsprechendes Verhalten sind, ist einfach eine Prävention. Das ist eine Prävention und auch eine Motivation für die Mitarbeiter. Frau Hamel sorgt natürlich auch mit kleinen Überraschungen dafür, dass man bei der Stange bleibt, mit regelmäßigen Erinnerungen. Aber auch tatsächlich, wer sich gesund bewegt durch die Freizeit, der kommt auch gesund auf der Arbeit an und bleibt halt als gesunder Mitarbeiter auch aktiv im Unternehmen. Das wird auch von den Krankenkassen honoriert, eine Gesundheitsprävention im Unternehmen. Da weiß Frau Hamel. Die Krankenkassen machen das parallel im Prinzip. Wir setzen aber halt dort noch was drauf, dass wir das halt das Unternehmen selbst... Aber Sie bestätigen diese Präventionen und machen das in der Regel. Die Krankenkassen gibt es dann immer Boni für gesundes Verhalten. Oftmals ist es so, dass halt der erste Präventionskurs von der Krankenkasse übernommen wird und wenn der Mitarbeiter dann aber noch... Und da ist dann Frau Hamel wieder gefordert, die Mitarbeiter zu motivieren. Wenn er noch einen weiteren Kurs macht, dann unterstützt den Regelfall das Unternehmen durch EWF aktiv.